Das ist doch scheiße! Wieso muss ich dann immer alles von vorne machen? Es macht einfach gar keinen Sinn, da hinzufliegen. Ja, Lebenszeichen für eine andere Lebensform, ja, genau, ja genau, habe ich vielleicht. Meine Güte. Ja, genau, mhm. Das ist also online. Okay, weiter geht's. Das ist online. Gibt's vielleicht auch Waffen, die Schaden machen, vielleicht? Wie kann es denn sein, dass die mich fast umbringen? Ja, genau. Mhm. Und ich, äh, krieg hier nix geschissen. Weißt du, ich muss immer wieder von vorne spielen, aber mein Essen, das bleibt leer. Wobei. Wobei. Wobei ist es jetzt nicht. питte ich mal alles, was tut mir ist. Oh ja, klar. Ja, das ist gut. Möchtest du bitte sterben? Hm? Wie wär das? Mein Gott, ey. Ja, 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 ja. Hm. Ah. Tschüss. Das war ja ein Träumchen. Ah. Das war ja. Das war's für heute. Okay. Oh fuck. Okay, der kümmert sich um den. Ja, hm. Genau. Meine Fresse. Danke. Warum nicht gleich so? So, nach rechts war nix. Ich muss nach links. Ja, schade war, kommst nicht rüber zu mir. Oh. Das ist schade. Das ist so schade. Schüss, ne? Schüss. So, die Frage ist... Das sieht irgendwie nicht aus wie... ...die Stelle, zu der ich hin muss. Aber jetzt... Oh fuck. Muss ich runter. La la la. Und... Ah. Oh fuck. Holy crap, ey. Geil. Verarscht. Oh nein. Bitte... ...findet nicht raus, wie ihr zu mir hinkommt. Bitte nicht. Au. Oh Gott, ey. Oh oh oh. Ich sollte mal dringend wieder was essen, oder so. Schneeball. Ah. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt nicht schon wieder... ...wegen irgendeiner... ...dummen Sache sterben. Okay, da komm ich gerade nicht hin. Äh, gut. Kann man... Oh fuck. Nein, 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 nein. 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 Ach, genau. 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 Ich weiß, ich bin letztes Mal anders gelaufen. Komm doch mal unten an. Ah, okay. Ich kann natürlich so auch die Basis wieder anmachen. Vielleicht... Ähm... Ah, okay. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Irgendwie. Irgendwie. Ich glaube, das war irgendwie nicht so... Ah. Bleib doch unten. Was ist das? Hochsichtbare Jacke. Ähm. So. Ah, okay. Die Dinger machen Licht an. Gut. Ah. Aber hey, geil. Ich kann in den... Ah, natürlich. Ich kann in den Betten auch einfach wieder schlafen, damit ich wieder heile bin. Da sehe ich... Ah, okay. Okay, das ist offline. Das habe ich ja schon rausgefunden. Von da bin ich quasi runtergehüpft. Das heißt... Bon. Okay. Das heißt...